Sieben Hindernissen mit einer Aufwärmstrecke von 4.700 Metern und für die Ponys eine Strecke mit den sieben Hindernissen gestickt von 6.500 Metern. Ja, wie gesagt, heute das Gelände, eine Essübung, gestern das Gegenfahren, auch eine Übung der Klasse S und Pony. Schoko! 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 Hier im Höhle im Schlosspark zu Rastede, das 73. Oldblokka-Landesturnier und hier dieses Jahr im Rahmen der Deutschen Meisterschaften hier 24. Schoko! 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 Schiff human Die Zeit für ihn 66...